Da fliegt was. Da stürzt man ab. Da stürzte was ab. Ich wollte nur eine Frau kaufen gehen und so was erwartet mich. Nächste Stadt ist scheiß Meteor gesprengt. Und hier von Ozean da ein bisschen weg. Oh ja, wir tun wir besser hier. Die kochen hier dann auch und haben sie was von... Ja, das ist cool. Hallo. Nee, tschüssies. Lüften mich da leben. Da haben wir Balsakko getan doch. Ist eine Wunderbare, kann ich da hin? Na, ich glaube so hoch springe ich gerade nicht. Ach, guck mal an, wir haben überlebt. Da ist zumindest einer. Tschüssies. Schöne Bissewasser mit dir. Na, wo geht's viel mit uns? Los. Ach, du kommst mal. So. so die magie kann mich auch nicht aufhalten wir gehen nach schaffee oder nach nicht oder nach unsichtbarer mauer kann ich da drauflaufen ohne zu sterben nein ich kann es auch oh da kann ich eine ESA in der Kuckwitien oh jetzt bin ich gerade in der Postlack gekommen auf der Apokalypse wie verdammt ich kann die Kühe bewahren, auch gut Opa! Opa! Ja, hier wieder! Das muss man werden! Oh, das kann ich dann bei dir nicht schieben. Ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen Ja, der Autobahn ist ein bisschen eingesackt. Aber hier wollte ich noch Schaffee! Man sieht hier ein Automotfall LKW Skrotta Octavia Schwerlast Äh Schwerlast Aber Ich glaube hier ist gerade sehr viel wird gerade sehr viel abgeführt hier. Also die lokale Gruppe muss gute Arbeit leisten. Das ist teilweise teils nehmisch Das macht irre teilweise. Manchmal glaubt man nach so einem heimlichen Schatten Ich glaube ich habe Adern auf meinen Arm bekommen gekantert So ein paar Schwanz So hier ist ein Kacke mit eingestürzt. Kackequallen müssen wir auch durch. Gewollt oder nicht müssen es ertragen Aber Aber habe ich ja schon mal Abenteuer in der Kulige gehabt. Tja So Weiter machen wir Reise. Reise nach Paris Mit den Azteken Ich glaube wir sind jetzt bei Las Vegas Kein KackeMeteor der jetzt einstürzt hier Kein KackeMeteor Oh Ich bin selber sind nach Vegas Was Wenn wir da keine Rekreation verwalten dann ist ja nur die Stelle da So Ja KackeMeteor Da haben wir den Hintergrund mit KackeNoder Licht Perfekt Bisschen Terraforming gerade hier entstand Wer immer so eine Straße hier so baut der hat glaube ich mehr Druck um zu driften oder was anders Ah Da ist die Kacke Lava Obwohl die Scheiße so heiß ist dass es nur heiß ist Diese Slappe hier ne Wern mal auf und äh Was macht man hier eigentlich Ach Aber das schon zumindest Ausgang Wo wir in Schaffee ankommen Einmal Ausgang bitte Einmal Ausgang bitte Einmal Ausgang bitte Oh Mann Okay das ist schwer Ja Ich muss sie durch Ich muss sie durch Lass mich rein Ja Oh Da wollten wir durch Geht aber jetzt nicht Okay 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 I suppose I will sit here and await my demands Da steh mich dir vorne Trash zu Einfach warte bis wir hier verreckt Und da sind wir verreckt Einmal ein bisschen zu viel Kacke auf den Tunnel gekommen Ein bisschen zu viel Kacke auf den Tunnel gekommen Okay 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 Wenn wir überleben Wird er immer ne Frau finden Wird er jemals ne Frau finden der all diese Scheiße so eh so behütet Warum ist er ein guld auf dem Scheiße Warte ist es hier gut vom ReX2.0 Referendum man wird zwei Teile rauskommen wir arbeiten dran Wir arbeiten dran bitte warten Herzchen und wir arbeiten daran Herzchen und Ich bin schon 202. 77, 1, 2, 1, 1. Ach, du hättest noch gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020